UBS hat dank des Börsenbooms 2021 das beste Ergebnis seit 15 Jahren eingefahren. Der Gewinn kletterte im abgelaufenen Jahr um 14 Prozent auf 7,46 Milliarden Dollar, wie die größte Schweizer Bank mitteilte. Hätte das Institut nicht weitere 740 Millionen Dollar für ein in Frankreich laufendes Steuerverfahren zurückgestellt, wäre das Ergebnis noch besser ausgefallen. Die UBS übertraf mit dem Abschluss auch die selbstgesetzte Messlatte. Konzernchef Ralf Hammers verordnet dem Bankhaus nun ehrgeizigere Ziele. Die Vorgabe für die Rendite auf dem harten Eigenkapital schraubte er auf 15 bis 18 Prozent hoch. 2021 kam das Institut bereits auf 17,5 Prozent. Erreichen will Hammers die Verbesserung vor allem über Wachstum und nicht über Kostensenkungen. Beim Kostenertragssatz peilt der Bankscheife neu 70 bis 73 Prozent an. Je niedriger diese Zahl ist, desto mehr nimmt die Bank ein. 2021 waren es 73,6 Prozent. Der Weltmarktführer in der Vermögensverwaltung für Millionäre und Milliardäre profitierte dabei weiterhin von den Portfolioumschichtungen seiner Kunden und steigenden Kursen an den Finanzmärkten. Ein Wertanstieg der Kundenportfolios spült der UBS höhere Gebühreneinnahmen in die Kasse. Mit dem guten Geschäftsverlauf ist die UBS nicht alleine. Die Deutsche Bank fuhr trotz hoher Kosten für den laufenden Konzernumbau das beste Ergebnis seit zehn Jahren ein. Auch Wall Street Institute wie Morgan Stanley, Goldman Sachs oder JP Morgan profitierten vom anhaltenden Fusionsfieber. Dazu kam eine Vielzahl von Börsengängen und Transaktionen mit börsennotierten Firmenmänteln. Das Handelsgeschäft schwächelte dagegen bei vielen Banken. Das Handelsgeschäft schwächelte dagegen bei vielen Banken.